Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 9.09.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 884 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Netflix mal zwei, Bahnhöfe, September Event, Xbox Series X oder S, Android 11 und Facebook Stories. Ich beginne gleich mit Netflix, das Schweizer Parlament respektive. Der Bundesrat hat bestimmen, dass wir auch in der Schweiz ein bisschen mehr Swissness haben möchten. Und zwar nicht nur bei Netflix, sondern generell bei Streaming-Anbietern. Hier möchte der Bundesrat die ganzen Streaming-Anbieter, eben vor allem, allen voran Netflix, weil der bekannteste dazu zwingen, einen gewissen Prozentsatz, man wollte vier, geeinigt hat man sich auf ein Prozent des Gewinnes, in die Förderung von Schweizer Film-Machern zu stecken. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, hat die EU schon so gemacht. Da müssen ja 30 Prozent des Kataloges mindestens aus europäischen Produktionen kommen. Und somit würde es auch der Schweiz sicherlich nicht schlecht tun, wenn man das durchsetzen würde. Mal schauen, ob es klappt. Weiter geht es mit Netflix. Da gab es ein interessantes Interview mit dem Netflix-CEO Reed Hastings. Der hat beim Interview mit der Wire Vierity, wenn ich es dann richtig ausgesprochen habe, ein bisschen geplaudert und gesagt, dass man nach wie vor auf Werbung verzichten möchte, da er Werbung nicht als die ideale Möglichkeit empfindet, um Netflix grösser und weiter zu bringen. Sie möchten weiterhin so arbeiten, wie sie möchten. Auch hat er ein bisschen darüber erzählt, dass er die ganzen weiteren Streaming-Angebote, die aus dem Boden gestampft wurden in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren mit Disney Plus und was es noch alles so gibt, sehr positiv empfindet. Und er glaubt, dass es ähnlich wie im TV-Bereich ist, da gibt es verschiedene Fernsehsender, verschiedene Fernsehnetzwerke. Das funktioniert nebeneinander. Und er glaubt eben auch, dass das bei Netflix, also bei Streaming-Geschichten, so funktionieren kann. Zumal dann das Ganze noch den Markt belebt. Dann haben wir Neuigkeiten von der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Für all diejenigen, die da unterwegs sind, hier in der schönen Schweiz, oder es mal sein möchten in Zukunft, die können sich jetzt auf der SBB-Seite genauer informieren, wie stark der Bahnhof zu der Zeit, wo man ankommt, frequentiert ist. Ähnlich wie man es vielleicht von Google her kennt. Die machen das ja auch bei öffentlichen Orten und bei Geschäften, wo man dann sieht, wann, wie stark, dass der Besucherfluss da ist. Das Gleiche gibt es jetzt eben direkt von der SBB. Wie genau das Ganze ermittelt wird, habe ich noch nicht ausfindig machen können, respektive noch keine Antwort von der SBB erhalten. Da werde ich nochmals nachhaken. Das bin ich gespannt. Was man schon nachschauen kann, ist Aarau, Baden, Basel, Berlinzona, Bern, Biel, Chur. Und bevor ich jetzt noch viele weitere aufzähle, geht am besten in daily.gitog.ch, also im Browser eurer Wahl, oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und klickt auf den Link, da könnt ihr die vollständige Liste sehen. Jetzt ist es endlich raus, nachdem man meinte, dass heute Abend Neuigkeiten zu Apple-Produkten kommen, war heute Abend es soweit, dass die Einladungen rausgeschickt wurden. Apple hat digital eingeladen, nach Cupertino zu kommen, in den Apple Park. Am 15. September soll es soweit sein und dann ist das traditionelle Event. Viele Blogs und Plattformen haben spekuliert, dass es nur iPads und Apple Watches geben soll. Nichtsdestotrotz spricht auch das iPhone nicht dagegen, weil September-Event ist generell ein iPhone-Event, wo es noch die neue Watch jeweils präsentiert wurde und zeitweise mal von Jahr zu Jahr danach wieder eine neue Apple-TV-Box. Auch dieses Jahr könnte es sowas geben. Es wird aber so ziemlich sein, und das hat ja Tim Cook schon erklärt, dass das iPhone sich ein bisschen verspäten wird und erst im Oktober, eventuell sogar erst im November auf den Markt kommen wird. Aber all das, Gerüchte und hin und her, wir werden es genauer wissen in der nächsten Woche, am 15. September um 19 Uhr, wie immer bei Apple. Dann hat ein Leak die Welt erblickt von Microsoft. Endlich ist einer der beiden Konsolenhersteller, Next-Gen-Konsolenhersteller, rausgerückt, wenn auch, in Anführungs-Schlusszeichen, unfreiwillig. Bin mir nicht ganz so sicher, aber das kann man, ja, weiss man nicht so genau. Die Daten und besser gesagt vor allem der Preis ist rausgefallen zur kommenden Xbox-Serie, aber nicht des X, also der grossen, sondern der kleineren, die ohne Laufwerk, die rein auf Online basiert, die soll neben 4K und allem Möglichen unterstützen, auch sehr günstig sein. Nämlich in Euro sind das 299. Das ist ja mal ein schöner Kracherpreis, und da bin ich gespannt, wie die dann wirklich kommen wird. Microsoft hat mittlerweile den Betrag von 299 bestätigt, aber noch nichts weiteres, also Datum und so weiter, weiss man noch nicht, aber für all diejenigen, die schon ein bisschen Geld auf die Seite gelegt haben. Wenn ihr nur online möchtet und ohne diese Plastikscheiben, dann seid ihr mit 299 Dollar mit dabei. Sexy Preis, wie ich finde. Dann hat auch Android etwas rausgehauen, kurz vor dem Apple-Event muss man sowas natürlich. Endlich ist es da, die finale Version von Android 11 steht bereit zum Download, unter anderem zum Start logischerweise nur für die Pixelgeräte. Man kann natürlich das Factory-Image sich herunterladen, aber für all die anderen heisst es abwarten. Oppo, OnePlus, Motorola, Samsung, Xiaomi, LG und Co. müssen erst noch ihre Oberfläche anpassen, und wenn es dann was gibt, dann kommt dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich die ganzen Updates von den jeweiligen Herstellern. Ich lasse mich positiv überraschen, dass es dieses Mal vielleicht ein bisschen schneller geht. Einen direkten Link zu einem Video, wie Android 11 ausschaut, was neu ist, wie zum Beispiel kabellos im Auto, oder was war da noch mit dabei. Irgendwas, 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 irgendwas. Privacy und solche Geschichten. Schaut euch doch das Video selber an. Genau, Permissions, also Freigaben auf Apps mit Mikrofon etc. Da, die sollen mit der Zeit verfallen, wenn die Apps nicht gebraucht werden. Das ist was, was ich mir auch bei iOS wünschen würde. Ansonsten, auch vieles von iOS hat da in Android Einzug erhalten. Viel Neues hat da auch Einzug erhalten. Und wie immer, ein Wechselspiel der Features. Zu guter Letzt testet aktuell Facebook und Instagram, die beiden Plattformen, direkt zum Austausch der Stories. Man soll in Zukunft, zumindest ist man das am testen, Stories, die man auf Facebook veröffentlicht, direkt nach Instagram schicken und umgekehrt. Beide werden jeweils nur angezeigt, wenn man auch auf der anderen Plattform der anderen Person folgt und werden farblich hervorgehoben, sodass man sieht, dass es ein geteiltes Sharing ist. Somit bleibt wohl weiterhin der Weg, den ich gehe. Meine Insta-Stories packe ich nachher in WhatsApp-Stories und von da aus mit einem Klick dann auch in die Facebook-Stories. Also halt einfach ein bisschen mehr Arbeit, aber somit sehen dann alle alles. Zumindest das, was man reinpostet. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Heute wieder mal ein bisschen mehr. Passt aber auch so. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Donnerstag dann wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.